Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute mit einem weiteren kleinen Video und zwar, wie ihr eure Images dann auch wirklich online, quasi wie bei GitHub sozusagen veröffentlichen könnt, so dass man einfach nur noch einen Pull-Befehl ausführen muss und schon kann man eure Applikation starten. Das ist wunderbar und perfekt für Open-Source-Projekte. Das heißt, wenn ihr ein Open-Source-Projekt verfolgt, macht das bitte genau so. Ansonsten müsst ihr natürlich jedes Mal irgendwie diese Images auf dem Server bilden und dort dann verändern und so weiter und so fort. So ist es deutlich, deutlich einfacher. Das heißt, nochmal ganz kurz zur Recap. Wir haben hier eine Docker-File. Wir haben letztes Mal aus dieser Docker-File ein Image erstellt, das wir mit sudo Docker-Images finden können. Das ist das erstes Flask-Projekt hier. Tag latest, Image-ID ist das da. Und ja, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen dieses Image online kriegen. Also diese ganzen Dinger hier, die brauchen wir alle nicht. Nur das oberste hier, das ist das, was wir wirklich verwenden wollen. Das wollen wir auch online stellen. So, das heißt, wir sagen hier sudo Docker. Jetzt müssen wir erstmal unser Image taggen, damit alle wissen, was quasi sich dahinter verbirgt. Und zwar unser erstes Flask-Projekt. Das ist quasi das, wie es heißt. Wollen wir taggen mit unserem Benutzernamen. Und jetzt ist wichtig, dass ihr euch auf Docker-Hub angemeldet habt. Das heißt, wir sagen hier, also bitte meldet euch erstmal hier unter, beziehungsweise hub.docker.com an. Die Leute, die zum Beispiel Mac oder Windows haben, die werden das schon gemacht haben. Die Linux-Leute einfach mal da anmelden. Es kostet nichts, es geht schnell. Absolut kein Problem. Und ja, dann könnt ihr hier euren Benutzernamen verwenden. Das heißt, The Morpheus zum Beispiel. Und dann sagen wir hier, erstes Flask. Wobei, nee, wir nennen es einfach nur Tuts. Dann weiß jeder, dass es ein Tutorial ist. Und dann hinten dran das Label. Das heißt, die Version davon, Flask-Tut. Nennen wir es Flask-Tut. Und die Version davon ist dann eben zum Beispiel V1. Also Version 1. So, ich kann natürlich auch einfach sagen 1.0 oder sowas. Geht auch. Machen wir 1.0. Ist gut. Und jetzt habe ich das Ganze quasi getaggt. So, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss mich einloggen. sudo docker login. Ups, login. So. Ich bin schon quasi eingeloggt. In meinem Fall. Das ist das Tolle dran. Ihr werdet dort erstmal euren Benutzernamen eingeben müssen. Das heißt, bei mir wäre es The Morpheus. Also, The Morpheus. Ups. Und dann müsst ihr euer Passwort eingeben. Das heißt, das wird dann auch von euch abgefragt. Und dann seid ihr auch eingeloggt. So. Und anschließend könnt ihr jetzt tatsächlich euer Image da hochladen. Das heißt, ihr könnt quasi sagen, ich möchte jetzt mein Image hochladen auf Docker Hub. Sprich, ihr könnt hier sagen, sudo docker push. The Morpheus. In meinem Fall. Bitte benutzt euren Benutzernamen. Bei meinem wird es nicht funktionieren. Und zwar das Repository Flask Tut. Habe ich so genannt, ne? Mit dem Tag 1.0. Das heißt, die Version davon. So. Wunderbar. Und ja. Wir sehen jetzt hier, okay, es fängt an, das ganze Ding hochzuladen. Leider dauert das ein kleines bisschen. Deswegen werde ich euch hier mal auf Pause schalten. Ja, mein Internet ist furchtbar. Und ja, ich schäme mich dafür. Und ja, es ist kein Vergnügen. Aber bis gleich. So. Und jetzt kann tatsächlich jeder hier, das heißt, ihr auch einfach mein Image pullen. Und ihr könnt damit rumexperimentieren, so wie ihr gerade Lust drauf habt. Das heißt, einfach hier ein sudo docker pull. The Morpheus. Morpheus. Slash. Und dann könnt ihr hier angeben. Wie habe ich es genannt? Flask Tut. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, die Version 1.0 hinten dranhängen. Aber ihr könnt auch einfach das Ding hier weglassen. Und den Latest nehmen. Das heißt, den neuesten verwenden. In dem Fall wurde das leider nicht gefunden. Also sagen wir hier Version 1.0. So. Und dann sehen wir hier, Image ist up to date for the Morpheus Flask Tut 1.0. Das heißt, ihr habt, oder in meinem Fall habe ich natürlich schon dieses Ding. Aber das kann jetzt jeder machen. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr Bock drauf habt, dieses Image pullen und dann bei euch ausführen, indem ihr sudo docker run The Morpheus Flask Tut Version 1.0 startet. Und ja, das ist im Endeffekt alles. Jetzt habt ihr natürlich keinen Detach Mode und so weiter und so fort. Aber die ganzen Befehle kennt ihr ja. Das heißt, wir können jetzt hier tatsächlich einfach... Achso, wir haben auch keinen Port Explos. Das heißt, wir können nicht mal drauf zugreifen. Aber ihr wisst, wie es funktioniert. Also im Endeffekt könnt ihr das jetzt so starten, als wäre es ein ganz normales Image, was bei euch auf dem Rechner ist. Oder als wäre es NGNX, was ihr das letzte Mal runtergeladen habt. Wunderbar. Es hat mich gefreut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.